und ein herzliches willkommen zurück zu einem weiteren was heißt weiteren teil aber mal wieder ein teil von mario kart 8 deluxe auf nintendo switch mit mir von der gamblers hobby und im hintergrund habe ich noch mal mit rea lexus schon im boys chat und ja die beiden heißen mal gleich willkommen erst mal gucken wir mal bei mir hier los spielen und dann geht es weiter würde ich mal sagen weil wir haben schon gute zeit verklemmert jetzt geht es mal los hier also herzlich willkommen rea lexus und marvel hier bei mir lang nicht mehr gehört haben lange nicht mehr gesehen und dann gesehen sowieso noch nie gesehen hast du ja ja ich wollte den schiebstrand weil ich auch einen perfekten charakter dafür mir war es egal ich weiß sowieso nicht mehr ob ich das überhaupt noch so gut kann wie früher ich hab schon eh nicht mehr gespielt heute heute ist wieder für mich premiere irgendwie ist für dich alles premiere smash premiere mario kart premiere ja da hast du das doch alles schon gespielt was ist denn los marvin geweck mit deinem baby hey wieso ist denn wieder vor mir der affe reichen pils hatte so ach so ja jetzt kriegt auch ein pils wenn ich will auch man lerne ich hasse dich ja warum überholst du mich auch gerade in dem moment ich habe noch nicht richtig weiß ich den riechen dass du so ein scheiß panzer ist ja ich wollte marvin abschießen scheiße gibt es nicht erwischt oh gott da kommen die brüder oh nee jetzt habe ich heiße gleich kommt da noch eine schwarze ich bin raus ich habe schwarze ich bin rausgeflogen glaube ich kommt den hier kriege ich noch also noch eine runde so ist gleichmäßigen schön abstand ja aber wenigstens ich muss mein auto ändern das katze autos zu lassen ich will eigentlich meinen inkling wieder haben das sind noch zwei stunden ja eineinhalb ewig ewig da geht eine halbe stunde mario kart eine stunde mario party das haben wir krieg ich nur pilze auf der scheiße hier ich kann bei dir auf der krone auch man vor mir marvin armand vor mir und marvin so schnell kann es gehen vor dem baby das vom baby besiegen oh man ich habe die doppel nicht erwischt ich krieg nur pilze das ist schlimm ja auf dem letzten platz das kriegt man meistens zumindest das ist ja da ist der da ist für den beat ey nur pilze ne 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 Nö, lass mich in Ruhe. Was denn? Geh weg. Bleibt ihr. Gott sei Dank. Bananen. Franks. Oh Gott, die Franks waren wieder klar. Mann, das waren ein paar Franks zu viel für dich. Ich hab die Franks nicht vermisst. Ich auch nicht. Ich hab mich ja gerade getroffen. Ich sag mir nur die eine Runde, die wir mal hatten. Iiii, falsch gedriftet. Nein. Wieso kann das die letzte Runde sein? Das wär's. Jetzt krieg ich nur noch Münzen. Ich werd bekloppt. Iiii, ist das eklig. Iiii. Bye-bye. Gämst du dich nicht? Nö. Ich bin ein Baby, ich darf mich nicht schämen. Ich bin ein Baby, ich darf mich nicht schämen. Boah. Egal, den behalte ich jetzt. Ich komm nicht mehr vor euch. Komm. Löhr, den lassen wir jetzt hinter uns. Ja, boah wirklich. Das ist ein gemeinsamer Sieg, Marvin. Das ist ein gemeinsamer Sieg, wenn Löhr letzter wird. Uuuuh. Kommt. Ich hab's hier noch erwischt. Ich dachte, ich kann so ganz flessig mit dem grünen Panzer nicht noch treffen und dann noch schön dran vorbeiziehen. Ich hatte ne Hupe. Löhr ist hinter uns geblieben, das ist scheißegal. Pfff. Chubchubchub. Chubchub. 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 Ich hör dich gar nicht. Nee, die Hupe von der anderen hört man leider nicht. Wäre aber schon ein bisschen dann zu viel. Ich hab grad voll scheiße Gas gegeben, du hast das grad gesehen. Ja. Ich so wuhwwwwww. Ich wusste grad nicht, ob ich... Oh fuck. Oh, freu, freu. Ich schau die ganze Zeit nur noch hin. Oh Mann, Mann, Mann. Du bist der Löhrmisch, der jetzt überholt. Auch. Mach das nicht so fett, Löhr. Ich bin noch gar nicht fett. Ich bin klein. Naja. Weiß er nicht. Aua. Aua. Das hast du vermisst. Ich gucke auch, wie ich das vermisst hab, ey. Ich auch. Aua. Langsam konnte ich das perfekt. Genauso wie Bernd das Brot. Alter, wie Löhr mir am Arsch hängen. Gehst du nur noch vom Arsch? Näääää. Ich will nur nach vorne, nicht an deinen Arsch. Boah, Löhr, ich hab grad wieder ne Stelle gefunden, die ich mir später dann in Zeitlupe angucke. Jaaa. Löhr. Löhr hast du eigentlich mal ein Video bei Whatsapp gesehen mit Bernd das Brot? Ääääää, ja das was du mir geschickt hast, ja. Ja. Und... Klingt schon wie das Original. ich bin der letzte witz erzählt die letzte freunde vergeigt wurde dass ein brot nicht lachen du mir das jetzt nicht an warum schießt du mich immer ab immer auf dem lö auch mensch habe ich noch mal getroffen ja natürlich zieht doch immer alles mich mag ich an die weg marvin weg ach scheiße ich habe mich hängen geblieben du bist glaube ich in jeder runde da hängen geblieben war da bin ich hängen geblieben es ist ein gutes reing gewesen naja aber ich verstehe der hat mich abgeschossen mit der feuerblume dann hat er mich berührt ist runtergefallen aber ich selber bin dann auch runtergefallen keine ahnung woran das liegt ob ich einfach nur ich und ich bin einfach nur gefahren ich krieg nur scheiß pilze das gibt mir so auf den piss und ich verrund ab jawohl fängt schon an so das ärgerliche damals war ja dass ich dass ich so ein richtig geiles rennen gefahren bin du bist auf jeden fall vorne gewesen ich war die ganze zeit über erste ich war die ganze zeit immer hinter hinter die und dann hat mir mich die ganze nummer noch manche doch super was los wieder voll hängen geblieben ich könnte kotzen er hat wer hat die wer hat die items eingestellt ja die item stehen auf standard standard ja so stand ich schaff's nicht mehr ich bin so du bist nicht alt du bist auch jungen knackig naja ja gut ich weiß gar nicht wie alt du bist aber ist egal jungen knackig auf jeden fall ist er älter als ich das weiß ich ihr seid beide älter als ich hochziehen die rotze hochziehen die runde leute also noch nicht und gott vom stern oder kommt er wieder die weg die weg nein die ruhe oder bei ach man wieso hänge ich immer gibt es doch nicht ich fühle mich grad wie bei kars ne ich schwörs dir denn sie gönn ich sie nicht alter oma was alte oma alter opa hat doch doch krieg ich mich grad als oma beleidig nur geh weg geh weg wer schmeißt hier die ganzen er ist weg ich hab ihn getroffen echt jetzt oh das ist hier gerade das ist hier gerade heiße was ein scheiß wenn ich auch nur meine scheiß bananen behalten entweg geworfen hätte er mich nicht gesagt jo da schmeißt er erstmal sein zimmer durcheinander na meine gods hat es umgekippt oh die hält es auch nicht mehr aus ähm hm meiros mitro hätte ich hätte ich mit nein 200 vereichnet mit 200 schön regenbogenboulevard ha du hängst du mal bei mir wenn du redest tja komm jetzt war ich wieder so ein richtig geiles rennen ja ja ich weiß nicht wieso ja häng ich bei dir auch ne tja bei mir hängst du nur manchmal wenn du redest ja geh weg geh weg geh weg Marvin geh weg ne geh weg nein das baby holte ich nicht ein geh weg Ih, nein, geh weg! Blödes Arschloch. Oh du! Oh Gott, oh Gott. Hä, wo ist mein Bimmerang? Warum ist Löher? Der ist weg! Oh Mann! Geh weg! Immer wenn ich mal vorwärts komme, ey, dann ist so'n Scheiß! Wo ist er denn gefahren? Oh danke, du bist so nett, du hast ihn nicht nach hinten gepasst. Bitteschön. Ach Mann. Ich hab wohl auf deinem Map gesehen, wie er zurückgefallen ist. Mich so häng ich als irgendwo fest. Geh weg! Hey! Ich, 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 ich tröt euch weg. Oh mein Gott! Oh Mann, Scheiße! Ich hab schon gedacht, ey, das wär's doch jetzt gewesen. Komm! Jaaa! Endlich! Es wird doch mal Zeit hier. Oh Mann, Marvin, ich, 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 ich drehe dir der Hals um. Sehr schön. Ey, was ich aber komisch fand. Irgendeiner von euch hat mir den roten, hat den roten auf mich geschossen. Sie ist einfach an einer Seite an mir vorbei gefahren, ganz langsam irgendwie. Ich war's nicht. Denk ich. Ich bin heute nicht bereit dafür, für das heute. Blö, ja, wie so Tic-Tac-Trauma. Ich weiß, ich hab zufällig gewählt. Aber macht Platz, danke. Nein, ich bin nicht gespielt. Oh, wurscht. Ich bin mir so lahm. Ich hab wirklich kein Fünfzigern und ich bin schon nur so Hundert. Yes! Da hab ich ihn erwischt! warum nicht ich bin doch gar keine große herausforderung und trotzdem hast du die meisten punkte ja gut ist von damals wo ich noch so viel gespielt hatte leute ja wie bei dunggkong dschungel gerade weil du vorne bist oder vor mir vorhin war ich aber nicht vorne wieso prä ich nicht mein sprungtaste schatutt 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 ich weiß nicht ob die sprungtaste schatutt ist hat irgendjemand getroffen oder sind alle vier an dem vorbei alle an mir vorbei jetzt mach ich so ein geiles renn jetzt noch mensch was ist denn los mit dir er ist runter gefallen ja ich merks ich hab's nicht mehr drauf wie früher und trotzdem hat er immer noch die meisten punkte ich habe doch gar nicht mehr die meisten punkte ich bin auch noch weit macht du hast 18 ich bin ja dann keiner ist perfekt ja ich muss erst mal wieder perfekt werden was für eine brille ich habe eine brille bekommen also glaube ich jetzt in der scheiß letzten runde gebe ich den scheiß punkt es gibt ja ich bin runtergefallen kurz vorm ziel ach so bei mir bist du irgendwie nur stehen geblieben immerhin bin ich noch zweiter ja das war doch mal wieder rasant und ich muss erst mal wieder warm werden hier ich bin schon warm ich bin schon ganz heiß ich bin schon ganz heiß gelaufen aber trotzdem schmiert heute nicht so das öl naja aber dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten mal wieder das war es heute wieder mit mario kart 8 deluxe auf der nintendo switch mit mir von der gamplasterz hobby und realexus und marvin ich habe mich hoch tschüss tschüss tschüss